Auf der anderen Seite, merkt ihr vielleicht, warum es aus so vielen Gründen eine tolle Idee war, dass Benji bei uns in der Band war. Es war kalt, menschlich. Und wir werden wahrscheinlich diese Frage in letzter Zeit sehr häufig gestellt bekommen, auch in irgendwelchen Fragestunden online. Lasst euch einfach so viel sagen, der Hauptgrund ist, wir hatten einfach Bock drauf. Und das ist die 99% der Fragen, warum habt ihr dies gemacht oder warum habt ihr das gemacht oder warum habt ihr diesen Stil oder jeden Sound. In 99% der Fälle ist die Antwort, weil wir Bock drauf haben. Das ist etwas ganz Elementales, was ich hoffe, was ihr auch in euer Leben integriert, dass ihr, wenn ihr die Freiheit dazu habt, einfach Sachen macht, weil ihr sie gut findet. Und das ist völlig egal, wie andere das dann finden. Wir haben das große Glück, dass ihr zu großen Teilen dann die Sachen gut findet. Vielleicht nicht jeder immer alles, der eine fickt das Album, das war der andere das. Und das geht mir auch so. Wenn ich meine Lieblings, Achtung, Artists, höre, finde ich auch mein Album doof. Dann sage ich trotzdem nicht, das ist nicht mehr meine Band. Dann ist es halt so. Weil ich weiß, die machen uns ihren Bock drauf. Nehmt das mit nach Hause und macht einfach mehr Sachen, auf die ihr Bock habt. Und wir möchten euch gerne noch einen Song nach Hause schicken. Ein letzter Song. Ich weiß, wir brechen jetzt ein bisschen die Chronologie, die wir jetzt hatten. Das haben wir gerade schon mit Bad Romance getan. Aber uns ist kein schönerer Song eingefallen, mit dem wir dieses Gefühl der Einheit, die wir haben, gerne beenden möchten. Und Pi möchte gerne was sagen, weil wir Bock drauf haben. Wir danken euch vielmals. Danke Nico. Danke auch an viele neue bei uns in der Crew. Ihr seid großartig. Danke, Benji. Alles, alles Liebe am Weg. Leider nicht nach Hause, sondern ins Krankenhaus. Wir kommen bald wieder zu uns. Nico wird mit uns morgen in München noch spielen. Am Sonntag in Italien wird dann Jörn, Jörn Schwanzkogler, auch einer aus unserem Crew, der war heute mit Joachim Witt auf der Bühne gerade sitzt und trommelt. Wir kommen, weil Nico noch nicht mehr kann. Und dann ziehen wir das so lange ohne Nick durch, bis er wiederkommen kann. Wir haben Lösungen für euch. Hier kommt vor euch die besten Fans der Welt. Und die beste Band der Welt sind für mich mehr, die ich würde auch nicht mehr sein. Aber wir haben die besten Fans der Welt. Hier kommt vor euch. One last time. If I could sing one last song before the world ends. If I could sing one last song to say goodbye. If I could sing one last song to all my children. If I could sing one last song before we die. Heute noch nicht. If I could sing one last song to every one of the world. If I could sing one last song before we die. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018